Elisa Oczyskowa war eine polnische Schriftstellerin. Elisa heiratete im 16. Lebensjahr den Gutsbesitzer von Oczyskow und trat, als ihr Gatte in Folge des Aufstandes von 1863 nach Sibirien verbannt wurde. Mit einer Reihe sozialer Tendenz Romane im Stile und im Geiste der George Sand hervor, die vor allem die Unterdrückung intellektueller Frauen durch verständnislose Männer zum Thema haben. Erst der Roman Elie Markowa eine in die Tiefen der polnisch-jüdischen Beziehungen dringende, auch in künstlerischer Hinsicht gelungene Erzählung, trug der Verfasserin allgemeine Anerkennung ein, diese steigerte sich in Folge eines neuen Romans dieser Richtung. Maja Zufowicz, worin der Kampf zwischen Orthodoxie und religiösem Freiheitsdrang in einer originellen Art und mit konfessionslosem Radikalismus geschildert wird. Beifall fanden auch ihre Novellen. Unter ihren Werken sind noch hervorzuheben. Ergraber, Verlorene Seelen, Knot Liewie, Marta und die Familie Berliwitsch. In dem Buch Patriotismi Kosmopolitism betrat die Dichterin das Gebiet politisch-sozialer Studien. Ihr Brief an die deutschen Frauen von 1900 gilt als Meilenstein der polnischen Frauengeschichte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017